Jo Leute, Keseck hier und herzlich willkommen zu dem Germ-Top-Code-Shot des 1. Dezember Ja, ein kalter und weihnachtlicher Germ-Top-Code-Shot Ja, das Ganze mit der Barrette erspielt und zwar Da killt er hier einen nach dem anderen, als würde es ihn nicht interessieren Also steht hier mitten in der Map, die laufen ihm wirklich so ins Kaliber Also hier im Röschchen, da setzt er ihm auch noch eins vor die Fresse Und ja hier glaube ich sogar Collateral oder einer nach dem anderen, weiß ich gar nicht so genau Ja, wenn ihr auch so geile Clips habt, dann schickt ihr uns unter germtopcodeshot at yahoo.de Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter Macht's gut Leute, bis dahin, ich bin raus German Top-Code-Shots